Das ist Rani, ein 17-jähriges Mädchen, der auf dieser kleinen Baustelle als Tagelöhnerin wohl die schwerste Arbeit zugeteilt wurde. Die acht Siegel, die sie immer wieder holt und nach oben trägt, sind eine sichtlich schwere Last, viel zu viel für dieses Mädchen. In Indien ist es leider gang und gäbe, dass die Frauen meist körperlich schwerere Arbeiten verrichten müssen als die Männer. Rani kommt aus einer armen, kinderreichen Familie, konnte nur die Grundschule besuchen, denn sie musste schon sehr jung mithelfen, ihre Geschwister zu ernähren. Für die Ungelernten gibt es hier nur die niedrigsten Jobs und das sind meist die schweren Hilfsarbeiten wie hier am Bau, die etwas Geld bringen. Heute trägt Rani Ziegel, morgen schaufelt sie vielleicht Sand und Beton auf einer anderen Baustelle oder arbeitet im Straßenbau. Der Baumeister, der hier die Leute angestellt hat, wird keinem eine Rupia zu viel zahlen. Drei Euro pro Tag verdient sich Rani, das Doppelte gibt es für die Maurer, die haben dazu noch den leichteren Job. Ihr Name Rani bedeutet eigentlich Prinzessin, aber davon ist leider nichts zu spüren. Um ihre Lebensumstände kümmert sich hier niemand, denn es ist das schwere Los von so vielen Menschen, die hier vom Land in die Stadt kommen, um hier irgendeine Arbeit zu finden. Der Schicksal berührt einen, man kann nur hoffen und wünschen, dass er eines Tages Besseres wieder fährt und dass dies dann hoffentlich bald ein Lächeln auf ein hübsches Gesicht zaubert. Musik Musik Musik